Musik Jo liebe Leute, Kulturgedöns. Und wie immer picke ich mir die Sachen, die mir Freude machen und stelle sie euch vor. Das ist tatsächlich einer der Lieblingssegmente bei Doppelpack mittlerweile, weil ich einfach über Sachen labern kann, die mir Freude machen. Ich rede heute mit euch über den Autor Georg K. Glaser, ein kommunistisch-anarchistischer Autor aus der Zeit um die Kriege herum. Also damit meine ich die ersten beiden Weltkriege, der dritte kommt ja noch. Ja, tatsächlich ist ein wirklich, wirklich sehr, sehr lesenswerter Autor. Ich gehe ein bisschen seine Biografie durch und dann habe ich mir was Besonderes überlegt, weil es hieß, man hört mir gerne zu. Danach werde ich eine seiner Kurzgeschichten einfach direkt vorlesen, dann könnt ihr euch ein Urteil über diese Person bilden. So, also Georg Glaser, ich habe auch ein Foto von ihm, er sieht recht herb aus, aber irgendwie ist das auch typisch für Menschen, die ich richtig spannend finde, die gucken alle immer irgendwie herb. So, das ist Georg Glaser, ich habe das nicht verifizieren können, aber mir ist mal erzählt worden, dass die Narben, die er im Gesicht hat, sind von der Misshandlung durch die Gestapo. Das ist, wie gesagt, kann ich nicht verifizieren, aber never let the truth get in the way of a good story, also erwähne ich es hier einfach mal. Georg Glaser ist geboren im Jahr 1910, am 30.05.1910 in Guntersblum, das ist irgendwo bei Mainz in der Ecke, da gibt es auch mittlerweile eine Georg-Glaser-Straße. Er ist der Sohn eines Tagelöhner-Ehepaars, das heißt also wirklich so Lumpenproletariat in diese Richtung. Sein Vater war durchaus kapitalistisch orientierter Aspirant und wollte es unbedingt zu etwas bringen, und zwar vom kleinen Schuster zum Postdirektor. Und war daher auch, obwohl er selber aus so prekären Situationen kam, extrem bürgerlich eingestellt. Natürlich ist der Vater im Krieg gewesen, 1914 geht das große Bohai los, und als der Vater 1918, da ist Georg acht Jahre alt, zurückkommt, ändert sich die gesamte Stimmung in der Familie. Der Vater ist ein extrem autoritärer und auch gewalttätiger Mensch, das heißt also Georg Glaser erfährt schwere Misshandlungen durch seinen Vater und denkt sich günstig, gehe ich dir einfach weiter auf den Keks, und fängt mit so ungefähr zwölf Jahren an, sich in verschiedenen anarchistischen und kommunistischen Gruppen zu organisieren, was den Vater, der den Frieden mit dem System sucht, ziemlich zu Weißglut treibt, weswegen sie den Jungen in Erziehungslager und Erziehungsheime auslagern. In diesen Erziehungslagern, das beschreibt er auch so viele, seine Bücher sind generell sehr, sehr autobiografisch, erfährt er immer wieder Misshandlungen und stark autoritative Strukturen, was auch sehr, sehr stark seine Haltung zur Welt prägen wird. Er wird das, was man heute einen Systemsprenger nennt, und wird von Erziehungsanstalt zu Erziehungsanstalt gereicht, bis hin irgendwann keine mehr aufnehmen will, weil sie wissen, der Georg, der macht nur Scheiß. Er geht dann einfach in das fäserliche Metier und wird Tagelöhner, genau wie sein Dad vorher auch schon. Und ich liebe die Formulierung, die ist von ihm selber, auf einer erwerbslosen Demo diskutiert er laut eigener Aussage mit einem Schutzpolizisten und wird wegen Beleidigung und Nötigung für ein halbes Jahr inhaftiert. Danach findet er keine Arbeit mehr. Es gibt in diesem Buch, auf das ich nachher noch kurz eingehen werde, gibt es eine Selbstbiografie, die ungefähr bis zu diesem Punkt geht, wo er im Knast landet, wo er sagt, er hat immer geschrieben. Das heißt, er hat geschrieben als Kind, er hat geschrieben als Jugendliche, er hat in den Erziehungsheimen geschrieben, er hat immer geschrieben, er hat immer irgendwelche Geschichten geschrieben, die die Welt darstellen, wie er sie erlebt. 1932 erscheint eben genau dieser Roman Schluckebier, hier noch eine alte Ausgabe im Roter Stern Verlag, schöner Name, tatsächlich Strümfeld. Schluckebier ist eine komplett autobiografische Erzählung seiner Zeit, oder z.B. sehr autobiografisch seiner Zeit in den Erziehungsheimen. Ab der Machtergreifung oder Machtüberlassung, was vielleicht treffender ist, engagiert er sich im antifaschistischen Widerstand und wird 1935 gefasst und kann aber nach Frankreich entkommen. Im Exil wendet er sich langsam ab von den ihm zu stalinistisch agierenden Kommunisten und wendet sich den anarchistischen Organisationen wieder zu aus seiner Jugend. 1940 wird er, weil er inzwischen geheiratet hat und dadurch Franzose geworden ist, in den Krieg eingezogen und trifft seine alten Freunde, die Nazis, wieder und wird auch gleich in Kriegsgefangenschaft verbracht. Und zwar gleich im ersten Jahr 1940. 1943, weil er halt ein alter Gauner ist, gelingt ihm wieder die Flucht aus dem Strafgefangenenlager. Er wird aber in Straßburg erneut aufgegriffen und verbringt den Rest des Krieges in verschiedenen Kriegsgefangenenlagern. Danach ist es nicht mehr so spektakulär. Er arbeitet bei Renault am Fließband, wie andere Anarchisten vor ihm auch schon. Ich glaube, Machno war auch Renault oder war das Peugeot, aber jedenfalls auch in Paris, Autofabrik am Fließband, um dann später eine Gold- und Silberschmiede zu gründen. Er schreibt fleißig weiter. Er schreibt dann nachher noch sein, viele sagen sein Opus Magnum. Ich persönlich mag Schluckebier noch ein bisschen mehr Geheimnis und Gewalt, das aber keinen Verleger in Deutschland findet, weil es eine sehr, sehr raue, sehr, sehr klassenorientierte, auch durchaus gewalttätige Sprache ist, findet, dass die deutsche Nachkriegsintelligenz hier nicht so anspricht. Er wird in Frankreich bekannter, als das in Deutschland ist, obwohl das in Frankreich alles Übersetzungen sind. Später greift sich dann sehr lobenswerterweise der Strömfeld Verlag beziehungsweise Roter Stern Verlag, der ja auch einige Schriften der RAF verlegt hat, seine Sachen und möchte eine Werksausgabe herausbringen. Es scheitert aber an einer Insolvenz. Und da muss ich jetzt sagen, das ist ein bisschen ärgerlich, weil momentan, also bis dieses Jahr gab es Georg Glaser nur antiquarisch und alle meine Bücher habe ich antiquarisch von ihm bekommen. Das ist auch nicht schwer einfach bei, ihr kennt ja die Arschseite, aber einfach da Georg Glaser suchen, ihr findet die Sachen. Aber das Problem ist, er ist es bei einem neuen Verlag und so als flammender Anti-Zionist, er ist beim Zaire Verlag gelandet. Er kann da nichts für, er ist schon seit über 30 Jahren tot. Ne, 95, bald 30 Jahren tot. Aber tatsächlich hat sich der Zaire Verlag sein, ja? Entgegen der völlig verqueren antideutschen Ideologie, die dieser Verlag vertritt, gibt es dann doch tatsächlich einige sehr bäste Autoren, unter anderem übrigens Johannes Agnulli. Agnullis Frau hat sich auch krass dagegen aufgemuckt, dass die seine Werke jetzt republikieren nach dem Tod. Insofern, macht damit, was ihr wollt. Es wird wahrscheinlich eine sehr, sehr, ich glaube wirklich auch, dass die von der Qualität her sehr hochwertig ist, es wird eine schöne Werksaufgabe von Georg Glaser im Zaire Verlag geben, macht damit, was ihr wollt, wenn ihr sie nur Secondhand haben wollt, weil ihr denen kein Geld geben wollt, ist auch okay. Aber sie existiert und ich muss sagen, ich ziehe das gerade irgendwie so ein bisschen vor, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man Leuten sagen kann, lest Georg Glaser und die können sich das einfach kaufen. Wie gesagt, ging vorher auch schon ganz gut mit antiquarisch. Genug geredet. Ihr seht wieder, damals mit Müsam mit Pasolini, ich habe so einen Spleen für Leute, die ein sehr chaotisches, sehr wildes Leben haben. Die meisten enden relativ tragisch. Glaser hatte da fast noch ein bisschen Glück, ein bisschen vernarbt, aber trotzdem alter Mensch geworden. Was ich jetzt machen wollte, ist einfach, um euch zu zeigen, warum ich diesen Autor so, so liebe, wollte ich euch eine Kurzgeschichte von ihm vorlesen. Und zwar heißt die, die Jacke. Wollen wir mal schauen, das ist ja 51. Ihr werdet schnell mitkriegen, so um was es in diesen Geschichten geht. Also, Georg Glaser, die Jacke. Nur nicht anstrengen, die Knochenschmerzen, kaputt, dösen, auf dem Bauch liegen, graue Pflastersteine anstarren, ein Stein am anderen, grauer Boden, einer dunklen, stinkenden Schlucht zwischen riesigen Wänden, Dreck, Wanderarbeitsstätte, ganz langsam auf den Rücken wälzen, nicht anstrengen. Die schmutzige Wand des Arbeitshauses dreht sich vorbei. Laderampe, Beton mit der Papierpresse, Glasdach über der Rampe, der erste Stock, der zweite Stock, der dritte Stock, der vierte. An Drahtlampen über den Hof, fünfter Stock, Dachkanten, Rahmen eines blauen Vierecks. Man liegt auf dem Rücken, ganz unten. Die großen Wände wollen einstürzen, ganz unten. Landstraße, unehelich, Fabrik, Wanderarbeitsstätte, immer ganz unten. Keiner schlägt Krach, unerreichbar weit oben leuchtet klar das Viereckhimmel. Aufstehen, ein Uhr. Müde richtet man sich auf, die Augen kommen von dem Viereck los, laufen die Regenrohre des Torbaus hinab. Ein runder, massiver Vorgang, verbaut von Ballen, Ballen Altpapier, neben und übereinander. Die Kunden sind dunkle Kleckse, hingeklatscht wie nasse Säcke. Langsam lösen sie sich los. Ganz kurzer Einwurf hier, mit Kunden sind hier seine Kollegen in der Arbeit gemeint. Langsam lösen sie sich los, rollen sich zusammen, strecken sich, gähnen, also aufstehen. Die Presse knackt. Die Presse vollstopfen. Vergriffene Hüte in müden Gesichtern. Decke aufsetzen, schwer. Verbohrt, mit verkniffenen Lippen schaffen die Kunden. Hebel runter, knack, ruck. Kein Hand in Hand arbeiten. Nur ein Muss. Deckel ab, Form weg, keiner traut dem anderen über den Weg. Hau ruck. Das Einzige, was gesprochen wird. Ein Kommando. Alles schläfrig, wortlos, mürrisch. Vollstopfen, Deckel aufsetzen, Hebel runter, knack, Form, Ballen raus. Kommando. Hau ruck. Halt. Die Arme halten erschrocken ein. Durch eine Sekunde Ruhe. Ah. Dann rennen. Ein aufgeregter Klumpen an der Presse. Und langsam wird dein Körper weggetragen. Leise. Ah. Ah. An dem langen Gestell vorbei, an dem die Jacken hängen. 170 Jacken. Die Hand des Verunglückten streift vorbei. Die Jacken pendeln leise hin und her. Die kleine Stube des Aufsehers hat ein Feldbett. Die Tür ist geschlossen. Das Stöhnen ist gedämpft. Die Kunden drängen sich vor der Schwelle. Über der Treppe, Vorplatz in den Hof. Aufgeregt. Rauchen. Besprechen Einzelarbeiten. Allmählich wird es ruhiger. Eine Frage traucht auf. Wird zum Mittelpunkt. Warum kommt keine Hilfe? Hilfe für einen Kunden. Kein Arzt? Ein studierter Herzenkunden? Die Tür geht auf. Ein großer Mann stoppelig. Der Freund ist verunglückt. Der Arzt hat keine Zeit. Er ahmt grimmig das Hochdeutsch der Stimme im Telefon nach. Er ist verhündert. Sobald er Zeit hätte, würde er kommen. Übrigens sei er nicht zuständig. Würde er doch kommen. Ein alter Kunde zieht eine Nickeluhr. Eine Stunde vorbei. Wann kommt der Arzt? Alle Hand Gedanken. Die Geschichte wird immer toller. Sie hatten auf einmal beide Messer in der Hand. Und da sagte der Große, der den anderen leichter ledigte, komm Kumpel, stecken wir beide ein. Sind ja verrückt, dass wir proleten uns gegenseitig. Zeng! Hat er einen Stich weg. Er lag auf dem Pflaster und blutete. Schnaufte. Sagte mit Not. Hätte ich das geahnt, wärst du wegschuft. Ich hätte dich. Dasselbe wie bei uns. Wir glauben, man hilft uns. Wanderfürsorge. Ärzte für Kunden. Aber sie lassen uns wie Vieh verrecken. Wir sind stärker aber. Zwei Stunden. Immer noch kein Arzt. Noch kein Arzt. Noch kein Arzt. Das Stöhnen ist ganz leise. Die Gesichter sind finster. Ein Mann lehnt am Pfosten. Vielleicht 40 Jahre. Senkrechte Falten in der Stirn. Warten. So wie der Mann am Pfosten warten 170. Kein Wort. Das Stöhnen hört auf. Es hat gequält. Aber das Aufhören, die Stille hinter der Tür, das quält noch mehr. Fäuste. Große Männer ziehen ihre Jacken an. Ein Kunde spielt zerfahren mit dem Stock. Es muss etwas geschehen. Die Luft ist erfüllt davon. Ein Arzt. Mit Gewalt holen. Warum hört man den Kranken nicht mehr? Es war ein gewöhnlicher Kunde. Wäre ein Arzt gekommen, würden die Kunden jetzt wieder arbeiten. Verbohrt. Aber jetzt wird er ihnen teuer. Was man ihm tut, das spüren alle. Die Männer sind nicht sehr geduldig. Es muss etwas geschehen. Ruhe im Hof. Bewegung. Drei Stunden warten. Die Köpfe sehen nach dem Hof. Jetzt muss. Der Arzt kommt. Nicht atemlos. Ein kühler Herr. Er braucht nichts zu fragen. Augenhände, Minen. Alles zeigt ihm den Weg. Er spürt die Stimmung. Weg geht die Kühle. Unangenehm. Das Zimmer vor ihm. Er braucht kein Hörrohr. Hinter ihm 170. Er spürt, wie seine Bewegungen verfolgen. Sie wissen nichts. Sie muss es ihnen sagen. Er muss es ihnen sagen. Er steht auf einem Pulverfass und soll den Funken hineinwerfen. Er hat Angst. Deswegen ruht er ab. Er fühlt den Puls. Er dreht sich um und geht durch den Gang, der vor ihm entsteht und hinter ihm gleich zusammenfällt. Feinde. Wendet sich dann zurück. Schaut in die 100 Augen. Zögert. Holt Atem. Und sagt Doktorchen, kühl bleiben. Tod. Der Arzt geht quer über dem Hof. Hinter ihm Stille. Dieses Stille ist wie ein schweres Gewicht. Das Gehen ist anstrengend und plötzlich fliegt ein Stein. Ein Bogen trifft den Arzt. Er sinkt ein klein wenig in die Knie, stolpert und rennt hinaus. Auf dem Grund der dunklen Schlucht stehen 170 Menschen und liegt ein Toter. Weiterarbeiten. Keine Bewegung. Dann gehen langsam die Kunden an das Regal und ziehen ihre Jacken an. Hier nicht mehr. Eine Jacke hängt zuletzt noch da. Geflickt. Alt. Die Flicken sind mit liebevoller Sorgfalt angesetzt. Sauber. In der rechten Tasche ein wenig Tabak. In der linken eine alte Zeitung. Die Kunden gehen durch das Tor. Heraus aus der stinkenden Schlucht. Besser wird es ihnen nicht gehen da draußen. Sie machen sich auch keine Hoffnung. Am Tor sehen sie sich noch einmal um. Die Jacke hängt einsam am Brett. Schwankt leise hin und her. Also das hat doch jetzt einfach mal einen Applaus für dich. Also ganz großer Tipp. Wie ihr schon gemerkt habt, auch an der Stilistik. Eine sehr, sehr raue, aufregende Sprache. Sehr atmosphärisch das Ganze. Es geht um Klassendynamiken, um Ausgeschlossensein aus der Gesellschaft, um die Zwischenkriegszeit größtenteils. Ganz, ganz großer Tipp. Jo. Nice. Und ich muss sagen, du bist auf jeden Fall unser Kandidat für Hörbücher, die wir aufnehmen wollen. Gerne. Hast du gut gemacht. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den untergeheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über Paypal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.